Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir drei Aktien von der 10x Watchlist. Kommt zu AMD. Aktuelle Marktkapitalisierung 240 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 10, ein derzeitiger Jahresgewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 27 und einer aktuellen Shortquote von 2,7 Prozent. Bei AMD schauen wir uns zuerst mal den Chartverlauf an, zurück bis 2021, 2022, ganz klar hier die Allzeithochs, dann die große Korrektur 2022 und jetzt können wir langsam aber sicher schon direkt ansetzen bei der letzten AMD-Analyse. 9. August hat mir die Aktie im Video mit dabei, denn AMD hat hier den gleichen spektakulären Aufwärtstrend und jetzt noch spektakuläreren Aufwärtstrend durch die Berührung, die wir bekommen haben und vor allen Dingen die anschließende Reaktion wie der Nasdaq 100. Wir sehen jetzt hier, dass die AMD-Aktie im Rahmen dieser starken Korrektur, denn im Prinzip sehen wir eine starke Korrektur seit dem Allzeithoch im März diesen Jahres, dann sehen wir hier eben letzten Endes nochmal der Versuch hochzukommen. Nichts da deutlich tieferes hoch, ein wunderschönes Guardlay mit einem 61er Fibonacci auf der B, tieferes hoch auf der C und hier genau das 78er Fibonacci auf der D gleichzeitig mit dem Aufwärtstrend, gleichzeitig auch mit dem 61er Fibonacci des gesamten Anstiegs. Ich muss sagen, das war charttechnisch hier unglaublich schön, was AMD jetzt gezeigt hat, hier vor allen Dingen auch komplett überverkauft anzukommen an diesem wichtigen Level. Der Tageschart war ausgebombt, der 8-Stunden-Chart war ebenfalls ausgebombt und das ist jetzt auch eine Aktie, die ich bei mir nicht nur im Depot eingesammelt habe, sondern auch sehr, sehr weit oben habe für eine Nachkauftranche, wenn dieser aktuelle Impuls, den wir sehen, abkonsolidiert wird, abkorrigiert wird. Wir bleiben aber noch kurz im großen Bild, denn natürlich, muss ich ganz klar dazu sagen, ist AMD für mich eine Aktie, wo ich mittel- bis langfristig auch mit neuen Allzeithochs nochmal rechne und dann schauen wir uns natürlich vom Rücksetzer, wo wir ohnehin gleich auf die Zielzone eingehen werden, auch vor allen Dingen auf die Widerstände, die bullische Zielzone an für neue Tops und da sehe ich AMD zwischen 256 und 293 US-Dollar. Jetzt aber genug mit dem Blick in die ferne Zukunft, jetzt schauen wir uns hier die aktuelle Chartsituation und da war die letzte Aussage bei AMD am 9. August. Hier müssen wir raus aus dem Abwärtstrend, hier müssen wir ausbrechen und dann sieht das Ganze zumindest mal für ein erstes Retracement sehr, sehr gut aus. Aber ihr kennt den Spruch mittlerweile, die erste Rallye, glaubt er nicht, kommt nochmal zurück und baut sich sehr, sehr gerne einen Confirmation Bottom, also einen Bestätigungsboden, ein zweites Bestätigungstief und da muss ich dazu sagen, wenn uns AMD das geben sollte, da würde ich nochmal richtig reinbuttern bei der Aktie bei mir im Depot und zwar wäre das für mich ein Backtest der Zone um die 133 bis etwa 125 US-Dollar zuerst. Allerdings muss man sagen, sehe ich hier durchaus auch noch die Chance, wenn der Markt jetzt vor allen Dingen auch nochmal nach oben ein bisschen bullisch bleibt. Wichtig wird auch sein zu beobachten, was macht der Nasdaq, bricht der Nasdaq wirklich aus den 19.500 aus und geht in Richtung 20.000, dann kann AMD hier nochmal richtig Gas geben, potenziell sogar hier die 200. Allerdings wichtig, charttechnisches kleines Warnsignal bei AMD hier auch ganz klar zu sehen und zwar das sogenannte Deathcross. Wir sehen die 50-Tage-Linie, wie sie bearish durch die 200-Tage-Linie kreuzt und das ist etwas, was man sehr, sehr gerne anläuft, aber wo man sich dann eben auch wirklich im Klaren sein muss, dass das dann grundsätzlich ein kleiner Indikator dafür ist, dass der Trend bearish wird und das ist ja auch auf ganz klarer Ebene zu sehen, zumindest anhand der fallenden Hochs, aber steigenden Tiefs. Deswegen haben wir hier im ganz großen Bild gewissermaßen auch dieses relativ neutrale Wedge, wo sich der Markt natürlich entscheiden muss, in welche Richtung er brechen möchte. Wichtig ist mir aber auch, das sage ich ganz klar dazu, dass dieser Aufwärtstrend nicht nur beim Nasdaq, sondern auch bei AMD intakt bleibt. Das können wir beobachten, wenn es zu einer größeren Korrektur nochmal kommen kann, die sich alles abholen darf. Nach so einer abgeschlossenen Harmonik kannst du entweder, in der Regel bekommst du eine Reflex-Rallye, die sehen wir gerade. Und AMD performt auch durchaus gut, AMD ist vom Tief hier angestiegen um 23%. Das ist eine Aktie, die den Nasdaq seit dem Tief outperformt und das sind die Aktien, haben wir auch am Freitag darüber gesprochen, die sehr weit oben stehen sollten auf der Watchlist. Diese erste Reflex-Rallye, die läuft, schauen wir jetzt ganz genau nach, ob der Bereich um die 156, Verzeihung, US-Dollar dann Widerstand wird. Das wäre dieses Cluster auch aus 50 und 200-Tage-Linie, wenn sie das rausnehmen sollten. Das wäre wirklich bullisch, weil dann sehen wir die Aktie nämlich am großen Abwärtstrend und dann könnte sie gegebenenfalls sogar auch über der 200-Tage-Linie konsolidieren, um danach direkt durchzuziehen. Nächster Widerstand dann im Bereich um die 180 bis 187 US-Dollar. Aber wenn wir jetzt hier nochmal Widerstand bekommen und zwar zwischen den 153 und 157 US-Dollar, also hier im Bereich der 200-Tage-Linie, was aktuell durchaus noch so ein bisschen Primärszenario auch ist für mich, dann kann sie uns zwei Dinge zeigen. Einen ganz milden, wackeligen Bullback, der letzten Endes Impuls, Korrektiv-Impuls spielt direkt. Oder aber wir sagen wirklich, die erste Rallye glaubt er nicht, kommt nochmal zurück und baut sich dann hier nach dem ersten Tiefspitz ein zweites Tiefrund. Und dann haben wir hier die Chance für eine sehr schöne Harmonic-Target im Bereich 180. Breakout aus dem Abwärtstrend können hier wieder konsolidieren, um dann letzten Endes hier wirklich den großen Run entsprechend fortzusetzen. Beide Szenarien finde ich sehr, sehr spannend. Was ich aktuell jetzt allerdings eher nicht mache bei mir im Depot, ist jetzt in diesen Impuls hinterher zu springen. Marktbreit muss ich dazu sagen, sondern ich schaue mir ganz genau an, was machen wir im Rahmen von diesem Impuls. Und wie gesagt, das können zwei Dinge sein. Wenn der Markt hier wirklich sagt, so leicht macht man es euch nicht, wir gehen jetzt hier nochmal richtig Vollgas, dann kann es auch sein, dass das im Anschluss ganz milde Konsolidierungen werden. Das wäre dann der Bereich, wo der Nasdaq zwischen 20.000 und 19.500 konsolidiert. Oder aber, wo wir jetzt direkt nochmal einen Pullback bekommen. Das wäre dann beim Nasdaq eben die große inverse Schulterkopf-Schulterformation. Dafür gerne gestern ins Video reinschauen, ins gestrige Abend-News-Video. Oder halt eben, wie gesagt, letzten Endes nochmal der massive Breakout. Beide Szenarien halte ich dann bei den Einzelaktien, die wir jetzt idealerweise am Tief eingesammelt haben im Rahmen von Black Monday und dann aber jetzt halten, um dann den entsprechenden Pullback anzuschauen. Beide Szenarien, entweder der Nasdaq, der komplett ausrastet und dann flach konsolidiert oder aber der jetzt nochmal scharf abdippt, finde ich beide Szenarien für die entsprechenden Aktien. Wer auf Stockpicking steht, dann nochmal durchaus interessante Szenarien für Nachkäufe. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Kommt zu Crowdstrike, aktuelle Marktkapitalisierung 63,9 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 19,5, ein derzeitiger Jahresgewinn von 130 Millionen US-Dollar, bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 56 und einer aktuellen Shortquote von 3,7 Prozent. Crowdstrike schauen wir uns zuerst mal im gesamten Chartverlauf an. Insgesamt kann man sagen, ist das ein völlig intakter Aufwärtstrend bei Crowdstrike aus steigenden Tiefs und aber auch ganz klar steigenden Hochs. Denn das letzte Hoch, was wir gesehen haben, war natürlich ganz klar ein Allzeithoch bei Crowdstrike am 9. Juli. Danach ging es aber herbe nach unten, auch im Umfeld dieser globalen IT-Panne ist Crowdstrike natürlich sehr stark abgestraft worden. Da kamen zwei Dinge eben zusammen, die allgemeine Tech-Korrektur und eben dann nochmal dieses Thema IT-Panne und dann auch noch diesen letzten Dämpfer, vor allen Dingen eben begleitet dann mit dem Black Monday, wo man nochmal drauf gehauen hat, weil man gesagt hat, naja, möglicherweise kommen jetzt dann eine Reihe von Klagen auch zu auf Crowdstrike. Letzten Endes war für uns in erster Linie folgendes wichtig und dafür geben wir mal ganz kurz den Wechsel in den Wochenchart. Da hatten wir die Analyse mal kurz im Wochenchart auch angesprochen vor, ja, circa zwei Wochen müsste das gewesen sein, als wir hier auf dem Weg nach unten waren, wo wir darüber gesprochen haben, dass hier der Bereich von 205, 206 US-Dollar extrem wichtig ist, extrem spannendes 200-Wochen-Linie und dieses horizontale Level kann Support werden. Und was der Markt jetzt draus gemacht hat, sehen wir, wir sehen jetzt zwei unglaublich stramme Wochenkerzen bei Crowdstrike und auch vom Tief vor allen Dingen konnte sich die Aktie bereits erholen um über 30%. Also auch im großen Bild natürlich kein Outperformer, weil wir uns zuvor halbiert haben in wenigen Wochen, keine Frage, aber jetzt insofern ein Outperformer, dass seit den Tiefs vergangenen Montag die Aktie wirklich rennt wie angestochen. Man muss jetzt aber auch ein bisschen vorsichtig sein, denn wir nähern uns natürlich jetzt wichtigen Levels. Hier auch ein Klasse-Signal von unserem Harmonic Scanner Shark, hier entsprechend ein Kaufsignal auf dem 88er. Fibonacci-Ankerpunkt war hier ein entsprechendes Tief im Oktober 2023. Und hier muss ich sagen, bin ich durchaus auch nochmal vorbereitet auf einen etwas schärferen Washout, denn da muss man sagen, lastet natürlich auch noch viel Druck drauf. Und da könnte natürlich, wenn nochmal ein bisschen Verkaufsdruck reinkommen, soll in die Aktie auch allerhand gespielt werden, gerade nochmal das Thema Klagen. Also hier habe ich durchaus auf dem Schirm, vor allen Dingen, weil es ein traumhaftes, möchte ich fast sagen, Setup wäre, wenn ich möchte mal sagen, bitte komm nochmal runter in diesen Bereich. Denn das wäre wirklich nicht nur ein wunderschönes Dragon-Setup, sondern vor allen Dingen auch ein nahezu perfekter Adam und Eve Doppelboden. Und wenn CrowdStrike das hier machen sollte, erstes Tief sehr, sehr spitz, vor allen Dingen auch leicht gedippt unter diese wichtigen 205, 206 US-Dollar. Und beim zweiten Versuch kommen wir wirklich und holen uns das Ganze hier per höheren Boden ab mit einem Doppelboden. Also das muss ich sagen, wäre ein sehr, sehr schönes Szenario für CrowdStrike zuvor. Allerdings muss ich auch ganz klar dazu sagen, kann sie durchaus noch wie der Gesamtmarkt auch etwas nach oben hier förmlich ausrasten. Und sich vor allen Dingen hier diesen, wir sehen hier oben die ersten beiden Berührungspunkte klar valide. Und das wäre so spannend, wenn sie jetzt hier wirklich nochmal sagt, diesen letzten finalen Impuls nach oben auf die 200-Tage-Linie. Das wären hier sogar 280 bis 295, nur um dann von hier nochmal nachzugeben, um bis zu 25, 26 Prozent. Da denke ich, würden wieder die meisten dann von Bord springen, von den Trendfolgern und den Algorithmen ganz zu schweigen. Nur um dann hier unten einen traumhaften Doppelboden zu bauen, um letzten Endes dann hier in so eine Art Harmonik reinzugehen. Wir haben aktuell bereits ein 33er Retracement. Wir sehen es hier auf der rechten Seite auch, sind unsere Fibonaccis für den Pullback nach oben. Das 38er wären 2,72. Also das muss man fast als Mindestziel noch sehen für die Aktie jetzt im Rahmen der Gegenbewegung. 50er Retracement hier oben wäre dann der Bereich von den 295. Also irgendwo hier in diesem Bereich rechne ich jetzt mal mit einem Zwischenhoch bei der Aktie. Und wenn sie dann wirklich das hier geben sollte, runterkommt auf eine 78er, 88er Fibonacci-Doppelboden, dann hätten wir hier wirklich ein ganz klasse Setup für eine Harmonik, für einen Nachkaufzeitpunkt im Rahmen der Tiefs. Und das Ziel muss man dann mittelfristig bei Crowdstrike, wenn der Boden drin ist, durchaus sehen, wieder im Bereich auch von den 360 bis 380 US-Dollar, was man natürlich auch auf dem Schirm haben muss. Und deswegen wird es jetzt wichtig sein, dass man die Watchlist, wenn man noch Cash hat, was man in den Markt schieben möchte, wenn man Cash hat, was man bei Stocks, Einzelaktien in den Markt schieben möchte, dann muss man natürlich auch ganz klar dazu sagen, nach so einem Impuls, die muss nicht nochmal komplett runterkommen, die kann auch Impuls und dann letzten Endes nur ein 50er Retracement, ein 38er im Extremfall, wenn der Markt wirklich nicht mehr loslassen möchte. Und 50er Retracement in etwa wäre dann hier der Backtest von diesen kleinen Widerständen, um dann direkt durchzuziehen. Also es wird jetzt sehr, sehr wichtig sein, vor allen Dingen, wer bei Einzelaktien nochmal nachkaufen möchte, dass man jetzt auf der einen Seite sich aber hier nicht unbedingt reinziehen lässt, aber dann, wenn wir Schwäche sehen am Markt, wirklich die kommenden Pullbacks ganz genau beobachtet und vor allen Dingen auch wichtig, nicht ein festes Ziel, wenn das nicht kommt, mache ich gar nichts. Nee, warum denn? Einfach mal hier ein bisschen entspannt auch mit Tranchen arbeiten. Erste Tranche kauft so eine Light, zweite Tranche, wenn sie den Doppelboden gibt, kauft so eine Strong. Und dann kann man letzten Endes sich hier nochmal wunderbar positionieren. Crowdstrike sehr, sehr spannend. Widerstandszone zwischen 270 und 290. Da muss man wirklich auch vor allen Dingen mit dem Abwärtstrend nochmal sehr, sehr vorsichtig sein. Dipzone für potenzielle Nachkäufe ab 245 bis 240. Der Doppelboden wäre in etwa im Bereich um die 220 bis 210 US-Dollar. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Kommt zu Block. Aktuelle Marktkapitalisierung 40,5 Milliarden US-Dollar. Ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 1,7. Ein derzeitiges Kursgewinnverhältnis von 51. Bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 15. Und einer Shortquote von ca. 2%. Bei Block schauen wir zuerst mal in den Mehrjahreschart zurück bis 2018, 2019. Aus zwei Gründen. Einmal hier natürlich auch diese Ähnlichkeit so ein bisschen zum PayPal-Chart herausarbeiten. Auch dieser Psychology of a Wall-Street-Cycle-Chart. Den kann man hier durchaus auch sehen mit dem Top. Dann letzten Endes mit dem Crash. Hier unten ist es tief. Aktuell sehen wir die Phase der Depression, wo wir noch durchaus hohe Volatilität sehen. Aber bereits höhere Tiefs, um dann letzten Endes die Chance zu sehen, in einen neuen bullischen Zyklus überzugehen. Auch muss man sagen, ist hier der Zeitbereich durchaus interessant. Denn seit dem Tief im Jahr 2022, Oktober 2022, vergehen jetzt hier nahezu zwei Jahre an Konsolidierung. Also hier durchaus sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen auch das letzte Tief bei Block war sehr, sehr spannend. Was man aber auch dazu sagen muss, um dann letzten Endes so einen neuen Zyklus zu starten, brauchst du das, was sich Disbelief Rally nennt. Also die erste scharfe Rally, an der jeder zweifelt, die aber einen deutlichen Impuls setzt und vor allen Dingen auch ein neues Hoch generiert, um dann letzten Endes hier in eine übergeordnete Aufwärtsbewegung überzugehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns hier der Widerstände auch bewusst sind. Denn das ist hier eine ganz klare Range. Deutlicher geht es nicht. Und zwar nicht erst seit aktuell, sondern im Prinzip eigentlich zurück bis 2018. Wenn man so möchte, im Prinzip sogar bis Anfang 2018, dann hattest du hier Widerstand und Support. Und diesen Bereich, den spielen wir im Prinzip seitdem. Und das ist an der Downside der Bereich um 50 US-Dollar. Das Tief im Oktober war bei 42. Und an der Oberseite vor allen Dingen, weil ich schaue jetzt aktuell durchaus ein bisschen nach oben bei Block, muss ich ganz klar dazu sagen, an der Oberseite ist es der Bereich zwischen 82, 93 und vor allen Dingen aus Sicht der gesamten Downside des 23er. Fibonacci sind dann 97 US-Dollar und das Top aus dem Jahr 2018 sind 100. Und das sind die Levels, die wir eben jetzt im Rahmen von so einer Disbelief Rallye zumindest mal antesten müssen, um danach hier Platz zu haben für ein deutlich höheres Tief wieder, um es dann eben im weiteren Bereich dann auch rausnehmen zu können. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe beides bei mir im Depot und das auch in etwa gleich gewichtet. PayPal ein bisschen größer gewichtet, aber ich habe aktuell durchaus auf beide Aktien gesetzt, PayPal und Block bei mir im Risiko. Turnaround Depot und mein mittel- bis langfristiges Kursziel für Block, wenn die größere Gegenbewegung hier reinkommt, das ist der Bereich zwischen 134 und 190 bis 200 US-Dollar. Dafür wird es aber sehr, sehr wichtig sein, dass wir uns jetzt auch vor allen Dingen die aktuelle Preis-Action anschauen, ob eine der beiden Zielzonen, über die wir zuletzt gesprochen haben, hier funktioniert hat und aber auch, wo wir jetzt mit Block ganz klar ausbrechen müssen. Und dafür reicht es eigentlich, wenn wir uns den Chartverlauf anschauen, zurück bis zum Oktober 2023 tief. Wir hatten den ersten übergeordneten Anstieg und jetzt eben die Konsolidierung bei Block. Wir hatten zwei Zielzonen für die Aktie im Chart und ich muss auch dazu sagen, je nachdem, was wir am Gesamtmarkt jetzt noch vorgesetzt bekommen, sind beide Zonen noch realistisch. Die erste hat wunderbar geklappt, das ist hier im Prinzip aus Sicht des ersten Anstiegs, 61er, 65er Fibonacci. Wir haben zuletzt auch auf dieses Wedge hier hingewiesen, dass wir gerne auch nochmal so eine kleine Verletzung drunter sehen, die dann gerne des Tiefs sein kann letzten Endes, dann vor allen Dingen, wenn wir im Anschluss nicht mehr unter das Wedge sprechen. Und hier hat jetzt eben das 61er, 65er Fibonacci wunderbar funktioniert. Das Tief war hier bei Block auch am Black Monday drin, bei einem leichten Undercut sogar unter dieses Level auf bis zu 54 US-Dollar. Und auch hier sehen wir seitdem eine sehr, sehr schöne Erholung um 22, 23 Prozent, wo ich mit Widerstand rechne, sage ich aber auch ganz klar dazu, das ist und das wäre wunderbar, das wäre eben genau dieses Setup, worauf wir jetzt schauen müssen bei Block. Das wäre hier oben im Bereich um die 67, 68 US-Dollar. Also hier ganz wichtiger Widerstand, Abwärtstrend und 200-Tage-Linie in etwa 4 Prozent, nachdem wir jetzt hier in kürzester Zeit 20 Prozent draufgepackt haben. Selbstredend, dass das CAV, also Chance-Risiko-Verhältnis jetzt hier kurzfristig, nicht ideal ist bei Block. Aber wenn wir Folgendes bekommen, wenn jetzt dieser erste Impuls an der 200-Tage-Linie scheitert und wir danach hier wackelig runterkommen und diesen Bereich nochmal antesten, kann, was hier Support war, Support, Support, kann der Bereich um die 60 bis 62 US-Dollar sehr, sehr interessant nochmal werden als Nachkaufgelegenheit, um dann eben aus dem Abwärtstrend auszubrechen, um dann wirklich in diese größere Aufwärtsbewegung überzugehen. Und dann müssen wir immerhin noch dort auch schauen im Bereich, wenn wir durchziehen Richtung 80 bis 82, ob es dann hier nicht ein ganz großes Doppeltop wird und was der Gesamtmarkt eben dann spielt. Also aus dem Schneider ist die Aktie definitiv noch nicht. Wer sie jetzt hier in diesen tieferen Zonen eben akkumulieren möchte, weil er hier in den langfristigen Turnaround glaubt, da sind die Zonen, die wir zuletzt gesehen haben, sehr interessant, der Bereich von 55 bis 57. Aber wichtig, sehr, sehr wichtig, das ist im Prinzip ein hochspekulativer Nebenwert. Und solche hochspekulativen Nebenwerte bauen auch immer und immer wieder gerne Doppelböden. Also haben wir bitte auch diese Zone weiterhin auf dem Schirm und haben dort keine Angst, sondern wenn man hier die Aktie vor allen Dingen langfristig halten möchte, Pulver für eine Tranche in der Hinterhand. Und das wäre nochmal der Bereich zwischen 50 und 44 US-Dollar. Allerdings muss man auch ganz klar dazu sagen, das haben wir ja im Prinzip als Plan B, auch bei PayPal im Chart, dass man diesen Doppelboden durchaus noch auf dem Schirm hat, der ja aktuell auch eher unwahrscheinlicher geworden ist, vor allen Dingen durch den letzten Anstieg. Was allerdings wahrscheinlich ist, dass Block hier im Bereich um die 67 bis 68 US-Dollar nochmal Widerstand bekommt. Und spätestens, wenn wir dann in einen Pullback reingehen, gibt es die Aktie auch wieder im Video. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage ciao.